so da le bastelzeit heute mal wieder mit einer kleinen reparatur und zwar das ding hier das ist offensichtlich so ein haarschneider und der will nicht mehr will nicht mehr ist schlecht ich habe jetzt aktuell zwei fehler sage ich mal der nummer eins der ist schon länger ein problem und zwar der akku der hier drin ist der ist schon länger nicht mehr so wirklich taufrig der hält ein paar minuten und dann ist schluss aber naja ich benutze das ding halt auch eher nur für kurze zeiträume von daher bisher war es noch nicht so schlimm dass ich ihn tauschen wollte und ja wenn ich das ding in die ladeschale stecke geht hier auch die rote led weiter an aber wenn ich ihn benutzt habe ist er komplett ausgegangen und jetzt auch passiert nichts wenn ich den schalter betätige das heißt also entweder der motor hat einen weg oder der schalter würde ich schätzen denn wie gesagt irgendwas lebt noch und der akku scheint auch noch da was zu machen also gucken wir mal ob man das ding hier auseinander bekommen ich meine von den daten her hier steht irgendwas von was ist die modellnummer km 6166 ist das modell und dann steht was von 3 volt und 3 watt charge darunter ich denke wir können davon ausgehen ist ein 18 650 einfach drin ein kleiner dc motor hier oben und dann der kopf mehr wird das einfach nicht sein vor allem da ich mich sehr gut daran erinnere dass das ding auch eher günstig war was nicht heißt dass es einfach auseinander geht denn diese schraube möchte definitiv nicht da brauche ich wohl gleich einen größeren schraubendreher okay gucken wir erstmal ob wir hier irgendwie sonst noch was finden denn ich glaube nicht dass nur hier oben was ist das heißt also mindestens mal der hier wird wahrscheinlich rausgehen oder ja da sind wir doch ausgeklippt aber nichts zu sehen wir haben hier interessant ich hoffe es kommt auf der kamera rüber hier ist ein schlitten der hoch und runter geht und hier sitzt ein punkt und er dreht sich so im halbkreis hoch und runter und das ist anscheinend das was dann der schalter ist habe ich so auch noch nicht gesehen auf jeden fall ist hier die ecke jetzt soweit frei jetzt gucken wir mal ob mir hier dieses fake carbon irgendwie überzeugt bekommen auch noch da weg zu gehen denn ich würde spontan schätzen dass irgendwo hier unten vorne vielleicht noch eine schraube sitzen dürfte diesen haupt buddy hier zu zerlegen aber da kommt was ja doch jetzt da klebt es okay komm her okay und jetzt haben wir einzelteile das ding das ding und das ding geht sogar noch dafür dass dafür eine menge haare geschnitten worden ist nicht ganz so viel dreck drin aber dass sich in so dingen halt überreste sammeln sollte denke ich jedem klar sein das sind dann diese unbequemen wahrheiten die keiner so auf dem schirm hat wie dinge denn hinten dran aussehen wenn man sie normalerweise nicht benutzt und ich bin positiv gerade überrascht hier ist tatsächlich auf der schraube noch eine dichtung drauf das heißt also ich glaube hier stand irgendwo genau washable drauf das scheint sogar tatsächlich zu passen halbwegs ich meine oben wenn wir hier rein gucken hier sehe ich auf jeden fall rost ich muss auch gestehen ich habe da nicht so viel öl drauf geschmiert wie man das wahrscheinlich tun sollte ich kann mich noch dunkel erinnern dass in der original packung glaube ich so feines maschinenöl dabei war ja und das ist jetzt so ein bisschen wunderheilung habt eventuell gesehen ich habe hier oben das plastik jetzt abgemacht um an die schrauben zu kommen bin jetzt gerade beim auseinanderbau hiergegen gekommen und funktioniert plötzlich wieder aber jetzt sind wir schon mal hier dann nehmen wir es auch fertig auseinander ich will wissen was hier noch so drin steckt was man mit dem akku machen können dann habe ich zumindest mal fürs nächste mal schon auf dem schirm ich werde den akku jetzt erstmal wahrscheinlich drin lassen und was haben wir die 186 50er daneben machen die ist definitiv größer das heißt dass sie dürfte eine 14 400 14 500er sein also eine aa zelle interesting und ich muss sagen ich bin vom aufbau positiv überrascht also hier dieser durchgehende die durchgehende dichtung die hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet sieht tatsächlich alles halbwegs wasserdicht aus man sieht aber natürlich dass dinge getan wurden die seltsam sind also hier diese viereckige led die einfach mit den beinchen hier quer drauf gelötet wurde per hand und auch hier oben naja der schalter den wir haben das ist einfach nur sagen wir hier ein halbkreis den wir am drehen sind und er schiebt dann hier unten einfach diesen einen kontakt hier zur seite und das ist unser an aus weiß ich ja nicht aber na gut es wird wahrscheinlich einfach der schalter ausgehangen gewesen sein oder sowas aber wenn wir schon mal hier drin sind dann holen wir auf jeden fall auch noch hier unten den raus gucken mal was das für ein akku ist denn bin jetzt gerade ein bisschen verwundert ob das nicht sogar nie im haku ist wenn er schon diese etwas ungewöhnliche größer hat ja gucken wir mal und die ladekontakte wenn wir mal kurz hier den drähten folgen naja einer der geht direkt hier auf den minuspol der batterie oder den einen pol der batterie und der andere geht hier lang hier und dann zum pluspol und das ist einfach eine diode also ja das ist mit sicherheit dann eher die mh und drehen wir oh oh ich sehe die aussage zurück es ist sogar ein nickel cadmium ich wusste gar nicht dass die noch verkauft werden durften zu dem zeitpunkt und ich glaube nicht dass der da rein gehört hätte aber gut ja nickel cadmium akku 600 milliampere stunden 1,2 volt schwierig sowas zu verbauen wie gesagt es ist zwar schon älter das ding aber ich glaube da gab es schon ein verbot von diesen akkus einfach die sind heutzutage nicht mehr in benutzung weil ich hat mir umhalten schwermetall ist was sehr uncool für die umwelt ist aber hier hat man wohl noch einen reingebaut und gut ich lasse das jetzt einfach mal so stehen ich meine noch funktionierter wir sehen ja das ding läuft und ich werde jetzt einfach mal hingehen und gute frage viel machen kann ich nicht weil hier dieser kleine halbkreis den wir haben der dreht sich halt der sieht jetzt auch nicht so aus als aber abgebrochen ist oder irgendwas von daher deckel zu und auch wunderheilung hoffen so in die ausposition gebracht was eigentlich das okay hier ist sogar so ein filter pad und dann loch drunter das ist zum ausgleich das heißt also wenn sich irgendwie druck im inneren aufbaut dass der sich ausgleichen kann ohne dass nach außen wirklich da ein loch haben wo wasser dann nach innen kommen könnte also wie gesagt diese ganzen sachen die sehen halbwegs in ordnung aus moment was hat man jetzt wo das ist der untere und ja die anderen sachen die so rostig aussahen ich spüle halt mal ab mach gleich ein bisschen neues öl dran und dann hoffen wir einfach mal dass der dann gleich tatsächlich auch noch funktioniert ja das war dann offensichtlich nicht viel obwohl ich das ding schon so gedanklich am wegwerfen war so nach dem motto ja gut wird der motor durch sein hat es anscheinend gereicht wenn man einfach mal hingeht und irgendwie hier diesen schalter einmal runter macht neu drauf macht und wahrscheinlich hätte es dann schon wieder funktioniert das ganze auseinander bauen war dann eher um meine neugier zu befriedigen hier und ja so kann man dann mit irgendwie zwei handgriffen dinge die eigentlich für den schrott schon bestimmt sind mehr oder weniger retten und in dem fall hier ist auch eine gute sache weil hier steht halt nirgendwo was von nie cd drauf das heißt ich hätte wahrscheinlich das ding einfach in elektroschrott geschmissen und naja niklik hat mir am akku sollte man besser in den entsprechenden sondermüll geben nur ansonsten ja man hat gesehen da fehlt auf jeden fall eine größere menge öl weil normalerweise gehört ja hier oben hin dass das gute rutscht und dann das ganze auch ja ohne allzu viel schleifen funktioniert aber es ist halt immer so ein kompromiss wenn man zu wenig öl dran macht dann schleift das ganze kann die messer oder die dinge halt hier oben ab nutzen kann den motor entsprechend höher belasten was für eine kürzere batterielaufzeit sorgt auf der anderen seite wenn man hier oben öl dran macht naja öl zieht schmutz an gerade wenn man halt hier haare mitschneidet die hängen dann halt alle da drin und ja das ist dann halt immer so ein tot muss man sterben immerhin das ding hier läuft jetzt wieder und kann jetzt wieder schneiden also wir gucken funktioniert wunderschön jetzt habe ich alles voll mit haaren liegen gleich mal wieder saugen wobei schneiden ist eigentlich das falsche wort falls ihr nicht wisst wie das ding funktioniert wir haben hier hat man ja schon gesehen ein fixes element hier oben mit so zacken hier vorne und dann haben wir unten eins was gelagert ist auf dem motor mit so einer scheibe die sich rotiert und das wird dann auch eine hin und her bewegung einfach übersetzt und das einzige was der hier dann macht ist dass die haare über diesen festen kamm reingehen und hier hinten dann in der öffnung reingehen und wenn der hier seitlich fährt dann werden die im prinzip einfach so abgeschert dadurch dass die gegeneinander gehen und das hat dann zum einen den vorteil dass man keine klingen oder irgendwas hat die wirklich scharf sind das hier ist alles relativ harmlos auf der anderen seite sieht man ja also man kriegt damit problemlos irgendwelche haare weg das sieht jetzt sehr affig aus mit der kurzen blanken stelle na gut müsste gerade mal gucken ich gucke mal gerade nach ich glaube ich kann auch sehen wie lange das ding hier schon im einsatz ist lasst mal gerade gucken ja 2017 sehe ich gerade mai 2017 das heißt das ding ist jetzt schon über fünf jahre alt und funktioniert halt trotzdem noch was mich jetzt ehrlich gesagt wundert weil mai 2017 waren die cd definitiv verboten und das hier kommt halt von einem deutschen händler also irgendwas ist da schief gelaufen damals mir ist es jetzt erstmal egal weil hey solange der akku da drin ist und nicht ausläuft geht von dem auch keine gefahr aus und naja produziert ist er halt also kann man auch bis zum ende der lebenszeit nutzen heißt für mich jetzt auch ich werde es mal ein bisschen beobachten weil die cd akkus die gehen eigentlich nicht so schnell kaputt mit der kapazität eventuell kann man den mit so voll laden und leer machen da wieder ein bisschen ins leben zurückkriegen das war früher memory effekt wenn man die ganze zeit die dinger nur so ein bisschen geladen und entladen hat dann haben die das irgendwie nicht so gemocht und naja hier so ein ding steht ja meistens in der ladeschale ich habe die ladeschale zwar über eine smart steckdose so ein bisschen automatisiert dass der nicht die ganze zeit da läuft aber es war halt bisher so dass das ding wirklich da irgendwie so alle paar tage voll geladen wurde und naja wenn das ding halt nie leer geht ist das dann auch schlecht und er hat mich auf jeden fall überrascht zum einen wegen der dem akku der sehr simplen technik die hier drin ist einfach eine diode und ein schalter auf der anderen seite aber auch positiv überrascht dadurch dass das ding anscheinend wirklich wasserdicht ist und na gut wandert jetzt mal wieder zurück in seine ladestation die bleibt aber diesmal aus weil noch läuft er ja und dann hoffe ich einfach dass er auch die nächsten fünf jahre vielleicht mit ganz viel glück das tut was er soll